Sange Sakai Fischfarm 37 cm Nisai Weiblich Qualitativ sehr gut, etwas her, 70 cm schaffen die, vielleicht auch ein bisschen mehr, qualitativ wie gesagt ist er wirklich sehr gut Gutes Penny, gutes Sumi, der ist noch nicht fertig, Sakai typische Hautqualität, wir haben hier einen schönen Sange-Sug, wir sind wirklich toll Gutes Penny